Ja, hallo und herzlich willkommen bei... Das geht auch ganz schnell und einfach, also bleibt dran, schmeißt den Herd an und kocht das nach. Würde ich mich natürlich sehr rüber freuen, wenn ihr mir sagen würdet, wie euch das geschmeckt hat und welche Rezepte ihr natürlich sowieso schon von euch...